hallo miteinander willkommen zur nächsten folge von return to monkey island wir haben gerade irgendwie ein quizbuch gefunden und da habe ich jetzt als mindestens teil der scumbar ist die küche ausgewählt und das war wohl richtig mal schauen ob es jetzt weitergeht okay ich weiß nicht genau wieso dass du nur eine option angewählt ist ich glaube die anderen kommen wohl noch das quizbuch öffnen ja das wird dann wohl irgendwann aktualisiert nur gut okay machte nix so ja der kopf okay war nett mit ihr zu plaudern ja 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 was ist doch was ist denn hier los das ist neu schicke kerze mit dem sauber aussehenden piraten sprich alles hi are you my waiter i want the excellent dish i had at the governor's berger lest we i i don't know what it's called but it was sort of you know a hot food yeah but i'm not it had ingredients in it or something i'm not your waiter i already told your incompetent cook list but he still hasn't brought me my dinner i don't work here i'm not a waiter up to it up right away sir okay so what sir das sind die piraten kapitäne da hat sich nichts verändert aus die musik die ist immer noch geil können wir dich irgendwas fragen die fleischfressende pflanze reinschmeißen die fleischfressende pflanze reinschmeißen das ist großartig jetzt kann ich eine der die kürze okay die lila blume hm okay nun gut ich geh mal in die küche hello der hat irgendwas gemacht oder ne doch nicht ich dachte der hat irgendwas gekocht oder so der maden der mob bemundern stehe weg von meiner mom misst okay panzige lebensabend okay äh ich spreche nochmal mit ihm du siehst wie der leuteinspektor hat deinen stew oder du witzig marlin marlin ist hier wer der customer ich habe leute er ist der einzige importer yak-fat auf der island so i need to keep him happy but he makes that impossible das brauche ich für die tür jackfett ich habe ihn ein pappel das er hat letzte Woche in einer gewisse event in der gouverneur aber natürlich erinnert was erinnert was erinnert was erinnert was erinnert was erinnert erinnert ah ok deswegen die bücher ha wenn ich dir eine Recipe bringe könntest du es machen natürlich ich bin eine Recipe siehst du das hat hahaha hinter dir ein dreiköpfiger Apfel schau hinter dir ein dreiköpfiger Apfel ich weiß auch eine große Recipe für monkey heads aber ich kann nicht darüber nachdenken okay kann ich dich nochmal eine Mob fragen ne ich will sehen was ich herausfinden danke 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 ok ihm ist gut was eingefallen oh was ist das die Quizkarte nehmen nice aber ein neues Quiz ähm hier ist die Holzmöwe das ist doch Holz warte ne doch nicht ok es hätte das sein können äh ich habe ein neues Quiz ähm hier an der Tür des Toilettenhäuschens ist Toilettenhäuschen 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 welches Toilettenhäuschen das hier oder was ist das Toilettenhäuschen gehen die Leute da zum kacken warte ich versuche das mal ein Warnschild nichts ein Mond eine Piratenflagge nichts ich hab verkackt what ich hab echt verkackt lol echt jetzt? das ist weg jetzt ist weg ich darf die Frage nicht mehr beantworten nein nein wie übel wie übel ist das denn bitte ok ich muss auf jeden Fall zu Gouverneurin gehen ich mach mal kurz da ein Screenshot yo ho so kann ich hier noch was machen? ne ne ok rausgehen so dann schauen wir nochmal zum Schiff ha da ist wieder eine Karte der offizielle Name des Voodoo Ladens ist lautet können wir gleich schauen Moment expedition expedition fabled monkey island crew positions available serve under le chuck der 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 die 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 ich bin nochmal da ne da kann man nix anders machen kann ich da vielleicht vorbeigehen ja kann ich da vorbeigehen Glock ich hoffe das ist nicht einer dieser Partycruise haha ok aber das ist cool da kann ich sonst noch was machen no parking of demonic ghostly or und dead vessels or scooters tuesdays 3-4 ok vorrät das stimmt ok können wir sonst nix machen können wir da irgendwie an Bord gehen? nö kann man nicht ok schade ich hoffe das ist nicht einer dieser Partycruise ich hoffe das ist nicht einer dieser Partycruise ok das ist aber schon geil das dass man hier beworfen wird was neues so ich guck mal ob da noch irgendwas war ne dann geh ich mal rüber zum voodoo laden so so das voodoo hier muss authentisch kulturell und historisch genau das ist so hm es ist elaine's flyer darüber wie Lime kombatiert es ist wichtig aber bürger ich habe es niemals bis zum Ende ähm da steht aber nix anders da als echter voodoo internationaler markt für mojo warte mal mal schauen das hier ne warte internationaler markt für mojo oder der voodoo laden nicht der voodoo laden echter 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 voodoo laden Echt, den Voodoo-Laden gibt es nicht. Es gibt nur das hier. Ja, warte mal hier. Internationaler Markt für Mojo. Ja, nice. Ha, nice, sehr gut. Dann habe ich jetzt zumindest schon mal zwei wichtige Antworten. Das ist doch schon mal schön. Okay, dann... Kann ich da lang gehen? Nö, geht nicht. Jetzt muss ich mir so gut überlegen, was mache ich jetzt noch? Ah, die Pflanze. Ich brauche dir eigentlich irgendwo Fleisch oder so. Ach, vielleicht beim Koch irgendwas? Hm, nee. Ähm, dann gehe ich jetzt mal zum Haus der Kuberneurin, würde ich sagen. Dass es da weiter geht. Oder sagst du mir irgendwas? Okay, dankeschön. Ich gehe dann mal. So, ich brauche mal deine Hilfe. Ich frage sie mal. Zack, zack. Genau, ich bin wegen eines Zepflos gekommen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, da müssen wir da hinten wahrscheinlich mal rum suchen bei den Büchern, aber da komme ich ja nicht ran. Hm, Schatzkarten, Autobiografie von John Laney, Zutaten von Barbie LaFlay, das müsste das sein, oder? Kampfstrategien, Voodoo-Tricks. Ja, 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 doch. Zutaten. Genau. Aber das bekomme ich nicht. Hm, was kann ich hier was brauchen? Tut mir leid. I'm sorry. Ja, ich höre die Worte, aber irgendwie helfen sie nicht. Ich brauche mehr als das. Kann ich dir irgendwas anbieten? Irgendwas schenken oder so? Eine Blume. Eine Blume. Oh, das geht nicht. Schade. Cracker. Ein Stofftier. Ne. Es ist so leicht und extra fuzzi. Besiedenkarte. Ne. Eine Kröte. Dich mit einem Vergebungsfrosch entschuldigen. Das ist für dich. Lol, echt jetzt? Du gibst mir einen Frog? Es ist ein Vergebungsfrog. Für wenn Worte nicht genug sind. Du hast nicht sogar beurteilt, etwas persönliches auf diesem Frog. Das ist einfach rutsch. Ich recheche deinen Frog. Wie geil ist denn das? Ich recheche deinen Frog. Okay, ich muss mal was draufschreiben. Die Pen ist stärker als das Schwert. Okay. Wir schreiben mal was drauf. Eine Entschuldigung auf dem Frog schreiben. Liebe Elaine. Lieber Molly. Liebe Carla. Sehr geehrte Damen und Herren. Liebe Carla. Tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gejagt habe. Nein, es stimmt nicht. Tut mir leid, dass ich dein Geburtstag vergessen habe. Auch nicht. Tut mir leid, dass ich unseren Jahrestag vergessen habe. Auch nicht. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Sorry for losing the book I borrowed. Mir ist klar, dass du robust zur Robustheit bist. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Ich schätze sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Ich schätze, dass du Leidenschaft nicht zur Leidenschaft bist. Was? Okay, ich glaube, das dritte Pflichtbewusstsein ist, glaube ich, nicht schlecht bei ihr. Ich verwege, dass du dir zu der Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Wie deine Taten in Santo Domingo, Santa Catalina, Porta Elizabeth, Portobello. Oh je. Oh je. Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, es ist in Santo Domingo. Bitte akzeptiere meine heiligste Entschuldigung. Du schaffst mich aus. So, dann versuchen wir es mal. Versuchen Sie sich daran zu erinnern, dass ich mich an einen Froschbimme trage. Ne, hier. Das ist für Sie. Liebe Carla. Ach, es sieht so aus, dass du versucht, persönliche Details zu erinnern, aber dann hast du sie falsch gemacht. Nein, verdammt. Okay. Was mache ich mit ihr? Genau. Können wir den Froschbimme wieder probieren? Ah, nein, nein, nein. Ich hätte ganz gerne ein paar Details über dich. Ach, es sieht so aus. Du kennst mich nicht. Ich verabschiede deine F... Nun gut. Ich muss mehr über dich erfahren. Es ist viel Arbeit, als Herr Gouverneur zu sein. Ich muss mich über die Schmerzen gehen. Nein. Bleib aus meiner bedroom, Threepwood. Okay. Elin hat mir gesagt, dass das Lauter Neckbeard ist, der 2. Gouverneur von Melee Island. Ich habe das gleiche Schmerzen auf einer Boxen von Frozen-Instant-Cereal. Ich habe immer gedacht, dass das mein altes Schiff war, der Seamonke. Ne, es sagt nichts über sie. Wie bekommen wir was über sie raus? Pah. Ich muss mich bestimmt rumfragen bei anderen. Beziehungsweise... Ich brauche bloß ins Museum gehen, oder? Oh, ist da? Achso, das ist der Wald. Den kenne ich ja. Ich liebte diese, als ich 6 Jahre alt war. Bis ich für zwei Tage in den gebrochen wurde. Hmm, schauen wir mal. Da müsste ja eigentlich irgendwas hier sein. Jetzt habe ich vergessen, was ich vorher alles angeklickt habe. Aber... Wenn ich jetzt einmal den Frog anschaue... kann ich das Ding in die Hand drücken? Der kennt sich doch bestimmt aus. Nö. Geht nicht. Was machst du da? Crossword-Puzzle. Okay. Was ist ein 6-Liter-Wörter für Pirate? Hmm, Pirate. Okay, ich kann dir nichts fragen. Hmm. Tell me again about the note. It's the actual note. Left by the ghost pirate, the Chuck, when he kidnapped Governor Marley. Okay. Hmm. Hmm. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter. Written by Elaine Marley. While she was Governor of the Island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know. Love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it. But it was touching. Thanks a lot. Na, toll, danke. Die Planke anstupsen. Witzig. Man kann sie anstupsen. Macht das einen Sinn? Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Ciao, servus.